Jo, willkommen in meiner kleinen Schrauberwerkstatt. Wie ihr euch ja erinnert, hatten wir ja von... Entschuldigung, ich muss den Bauch ein bisschen einziehen, hat er gesehen. Da haben wir ja von Alexander den M53 Motor zerlegt. Und der Alex wünscht sich ja ein bisschen mehr Kubik. Ein bisschen mehr heißt, was machbar ist, ja. Mit normalen Umständen. Und da hat man den Motor zerlegt, in den letzten beiden Teilen, die wir jetzt hier zu liegen haben. Ein Teil davon natürlich. Und wir haben ein paar neue Teile bestellt, die ich eigentlich mit euch dann auspacken möchte. Und mal schauen möchte, was da so drin ist. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns erstmal die Teile jetzt hier an, die wir jetzt zu liegen haben. Wie der Zustand ist, ob wir die erneuern müssen, ob wir da achten müssen. Ja, na, bis gleich. Als erstes gucken wir uns mal den Kupplungsmitnehmer an. Da hatte ich ja schon beim letzten Teil gesagt, beim Ausbauen, muss man die natürlich festhalten an den Stiften. Ich habe keinen Abnehmer. Ich stecke hier ein Schraubenzieher zwischen und drehe dann die Kontermutter ab. Problem dabei ist immer, dass die Stifte verbiegen können. Hier war es relativ lose. Die Mutter hatte ich kein Problem. Aber da muss man natürlich gucken, dass die Stifte auf jeden Fall immer gerade sind und nicht verbogen sind. Wichtig ist auch hier hinten die Schweißpunkte, dass die Stifte fest verschweißt sind. Manchmal lösen die sich sehr gerne. Was ich in dem Zuge jetzt hier sehe, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich versuche es mal. Ich habe so eine Stirnlampe auf. Hier ist ganz schöne Riefenbildung. Also, äh, das hier fällt mir jetzt nicht unbedingt so. Aber ich denke mal, dass das in Ordnung geht. Gucke ich mir nachher nochmal an, wenn ich den Motor dann zusammenbaue. Das ist der Kupplungskorb. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, wie sitzt die Buchse, die ja hier reinkommt. Wie sitzt die drinnen? Hat die Luft? Kann die verkantet werden? Wie sieht die Buchse aus? Die hat jetzt hier keine großen Riefen. Das ist in Ordnung. Keine Kanten. Die passt hervorragend rein. Es ist kein Spiel zu spüren. Gefällt mir. Bleibt so. Dabei gucken wir uns natürlich auch noch die Zahnräder an. Und die Verzahnung. Wie sieht die Verzahnung aus? Ist da irgendwas rausgebrochen? Sind da Ecken dran? Sind da irgendwelche? Ist da ein Grat dran? Aber das schaut wirklich in Ordnung aus bei dem Motor. Kann man sich eigentlich bald gar nicht besser wünschen. Hier ist eine Stelle, weiß nicht, ob man es sieht. Hier, wo es ein bisschen abgetragen ist. Aber ich denke, es ist akzeptabel. Anscheinend hat er hier ein bisschen mehr Druck gekriegt auf dieser Seite. Hier glänzen die Zahnräder auch ein bisschen mehr. Ja. Ich hoffe, dass man es sehen kann im Video. Aber ansonsten sieht das echt in Ordnung aus. Abtriebsritzel. Das fässt ja hier so rein. Ja. Und überträgt die Kraft von der Kurbelwelle auf die Kupplung. Gucken wir mal. Ja, meine Fingernägel sehen ein bisschen komisch aus, weil ich gerade mal mit einem bisschen Bremsenreiniger hier gearbeitet habe. Aber hier die Zahnräder und das Zahnrad sieht auch in Ordnung aus. Keine Ausbrüche, keine Eindrücke irgendwie, wo was eingedrückt wurde in anderen Zahnen. Kein Grad. Ja, hier fällt mir. Passt. Kupplungsteller. Da kommen ja hier dann die Druckfedern rein. Sieht auch gut aus. Kann man natürlich nur nehmen, wenn es wirklich glatt ist. Sieht man aber, dass hier es hier geschliffen hat. Hier, hier, hier weniger. Aber das ist alles im Rahmen der Toleranz. Das passt auch. So, der Kupplungshebel. Hier muss natürlich auf jeden Fall der Simmerring gewechselt werden. Sollte immer getauscht werden. Nicht Simmerring, Entschuldigung. O-Ring, Nullring. Weil der natürlich hier abdichtet an dieser Hülse, die dann in den Motor, in die rechte Motorhälfte geschoben wird. Haben wir auch bestellt. Sollte mit in den Paketen sein. Dann die Druckstifte von der Kupplung, die drücken ja hier gegen. Dort sieht man eine kleine Vertiefung. Das ist auch in Ordnung. Habt ihr auch schon schlimmere gesehen. Müssen wir nicht erneuern. Passt. Kickstarter-Zahnrad. Hatten wir uns ja schon mal angeguckt. Ob hier irgendwelche Schleifspuren drin sind oder so. Aber es ist nicht der Fall. Die Zähne sehen auch gut aus. Manche verbrechen hier die Enden ab die Zahnräder. Ist aber hier nicht der Fall. Die Schweißnaht hier ist in Ordnung. Ist auch nicht gebrochen. Sieht gut aus. Das ist die Hülse für die Schaltung. Die kommt natürlich dann später hier rauf. Was mir da auffällt ist, hier kommt jetzt der Seitendeckel rauf mit dem Simmerring. Und der Simmerring fässt genau hier hin. Und hier sieht man, dass hier ein Grat ist. Wie auch immer der da entstanden ist. Weil der Simmerring ist ja aus Gummi beziehungsweise Silikon. Und der kann natürlich eigentlich nicht so eine Rinne machen oder verursachen so eine Vertiefung. Wenn aber jetzt natürlich genau der Simmerring hier raufkommt, was ich nicht weiß, wie weit der geht. Vielleicht ist der auch hier oder hier. Keine Ahnung. Aber das Teil werden wir austauschen. Das werden wir erneuern. Wir wollen ja nicht, dass der Alex sagt, ey Knoppi, da Motorhüfte, da saut was raus. Soll ja alles dicht sein. Schade drum. Also den tauschen wir aus. Getriebe. Wir haben hier, Moment, das ist die Kupplungswelle. Die kommt die Kupplung dann rauf. Und das sind die Zahnräder, die hier drauf sind. Hier ist auch wichtig, wie die Zahnräder aussehen. Die seien auch in Ordnung aus. Keine Ausbrüche, keine Einschläge. Das ist der dritte Gang, der zweite und hier ist der erste Gang. Zeige ich euch dann gleich. Das läuft gut. Ich spiele es, denke ich, im Toleranzbereich. Echt faszinierend, weil das sieht wirklich super toll aus. So, das ist die Abtriebswelle. Das Getriebe kommt dann nachher so. Hier kommt die Schaltgabel rein. Das ist der erste Gang. Moment. Das ist der erste Gang, zweite Gang, dritte Gang und hier kommt das Kickstarter-Zahnrad dann rein. Also ist das Kickstarter-Zahnrad. Das fester nachher so rein. Ich glaube, von der Seite. Das Getriebe arbeitet so, beziehungsweise wird dann durch die Schaltglaube der zweite Gang im Prinzip hier hochgeschoben mit dem zusammen und so kann ich die einzelnen Gänge durchschalten. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier mit Luft ja, ist auch innerhalb der Toleranz. Es darf halt nicht zu locker sein drauf. Auch nicht zu fest. Zu fest kann immer sein, wenn sie Getriebe schnell dreht bei hohen Drehzahlen, dass hier zu wenig Schmierung hinkommt und letztendlich sich das Zahnrad festfrisst auf der Welle. So, dann geht dieser, der zweite Gang, der fest hier rein. Beim S-Rad zum Beispiel habe ich es oft gesehen, das ist ja ähnlich, dass die Stifte teilweise nicht mehr rund, sondern oval sind, einfach durch die, durch den normalen Verschleiß und dass hier die Ösen, wo die Löcher hier Ausbrüche haben auf dieser Seite. Sollte das der Fall sein, kann es natürlich sein, dass immer ein Gang mal rausspringt, aber hier sieht das echt optimal aus. Das passt wirklich gut zusammen. Ja. Und die Zahnräder selber sehen auch hervorragend aus. Hier fest dann übrigens die Schaltklaube so rein. So kommt die dann rein. So. Was macht der zweite Gang? Der läuft gut. Wackelt etwas, hat aber nicht zu viel Spiel. Hier ist eine Hülse drauf. Da muss man auch schauen, dass die stramm drauf sitzt, weil hier kommt das Kickstarterrad drauf. Und wenn ich dann den Motor anschmeiße, dreht er so den Motor. Hier kommt nachher noch die Feder rauf. Hier. Und noch eine Scheibe nachher oben rauf. Eine Anlaufscheibe, glaube die ist das. Genau. Das ist die richtige. Die kommt so rauf und hier kommt dann ein Kugellager rauf. Ja, das sieht alles wirklich sehr, sehr vernünftig aus. Das ist die Schaltklaube, die dann letztendlich zeige ich euch. Jetzt legt mich nicht fest, ob das jetzt so, nee, so kann es nicht sein. Das muss so sein. Und das muss so sein. So fest, dass dann ins Getriebe rein und schaltet dann über diesen Ziehkeil das Getriebe. Der Ziehkeil ist hier drin befestigt. Hier ist eine Kugel und eine Feder drin. Die Kugel drückt halt auf diesen Ziehkeil und sorgt dann für diese Arretierung. Will ich jetzt nicht großartig hin und her schieben. Hier muss man gucken, wie hier, wie stark der Verschleiß an dieser Stelle ist. Ob das großartig abgerieben ist auf beiden Seiten. Hier ist ein bisschen in den Schliffen, ja, das ist okay, hier gar nicht. Okay, das ist alles, alles in Ordnung. So, gut. Ich denke, die Teile können wir alle wieder einbauen, außer das. Den tauschen wir aus. Erste Paket von 1, 2, 3, 4. Gucken wir mal, was da drin ist. Jede Menge Plastikmüll. Da haben wir diverse Dichtungen. 23,80 Euro. Naja, da habe ich einen Online-Shop bestellt, diverse Ersatzteile. Verschleißteile, die man natürlich immer auspacken sollte. Dichtung, Schrauben, was weiß ich. Jungs, was soll ich euch sagen? So ein bisschen Zeug und so viel Müll. Ich finde es krass. Guckt euch das mal an. Tut es wirklich Not, dass jede Teil extra verpackt ist, nur um den Scan-Code darauf zu kriegen? Wirklich. Also da sollte ich die Herrzeit auch mit überlegen. Ich finde es unmöglich. Und ich bin nur einer, der bestellt hat. Jetzt im Winter bauen ganz viele Leute an ihren Summys bestellen da massenweise von Material, weil die einfach sehr viel Werkzeug, Quatsch, Ersatzteile auch haben und liefern, aber das muss da wirklich sein für so ein paar Teile, oder? Hier. Schöne Grüße an die Umwelt. Also, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier das Schraubenset für den M53-Motor. Ich habe jetzt hier irgendwo bestellt. Ganz einfach, die lassen sich schön festschrauben und kann sie im Nachgang ohne weiteres wieder rausschrauben. Ich mag die. Ich benutze die am liebsten. Dann haben wir hier Dichtung. Die kommen an den linken Motordeckel vor der Kupplung und die dichten natürlich ab, dass dann kein Öl aus der Motorhälfte austritt. Hier haben wir, was kann ich von mit die Art bestellt habe? Ich dachte, ich habe Kupfer bestellt. Naja, okay, gut. Das ist für die Ölkontrollschraube. Sicherungsblech für die Kupplungsschraube. Das ist die hier, die da reinkommt. Der O-Ring ist für richtig für die Schalt, für die Kupplung, für den Kupplungshebel. Der kommt dann hier rauf. Die Buchsen, Sillentbuchsen sind für den Zylinderkopf. Moment, wo ist der Zylinderkopf? Der ist hier, die wollten wir austauschen, aber brauchen wir nicht mehr. Wird dann nachher sehen, warum. Ölablassschraube und Sicherungsblech für das Ritzel. Wo haben wir das Ritzel? Was nachher hier reinkommt, um die Mutter zu sichern und für den Tachoantrieb. Dafür ist diese Nase hier. Ja. Jo. Das war erst mal für 23 Euro. Fast 24. Okay, ist akzeptabel. Passt. So, nächstes Paket. Was haben wir denn da feines drin? Schauen wir doch mal nach. Habe ich bei Ebay bestellt für was habe ich bezahlt? 40,81 Euro. Oh, Nervennahrung. Ah, hier haben wir die Kugellager, die wir natürlich unbedingt austauschen müssen. Die Simmerringe, da gehen die Meinungen ja auseinander, braun oder blau oder was weiß ich was. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das eigentlich so Latte, weil ich fahre nicht mehr wie zu Ostzeiten jeden Tag mit dem Moped. Der Alex wird das auch nicht machen. Die werden die nächsten zehn Jahre übernehmen. Hier gab es noch ein Schraubenset dazu zu diesem Set. Ich habe aber wie gesagt lieber die Immo-Schrauben bestellt. Alex, die kriegst du da natürlich. und wir haben natürlich noch den Dichtungssatz, den wir natürlich auch brauchen. Was haben wir denn da? Feines drinne. Ja, ich dachte mir, wenn ich jetzt Motoren öfters mache, man sagt ja immer, man darf die Schrauben nicht zu fest anziehen, habe ich mir einen kleinen Drehmomentenschlüssel zugelegt. In irgendein Online-Fahrradshop, weiß gar nicht, was habe ich denn bezahlt, mal 25 Euro oder so. Einstellbar. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Von einem Newtonmeter bis 24 Newtonmeter. Ja, weil die Schrauben die vom Zylinder müssen mit sieben Newtonmeter angedreht festgeschraubt werden und die Motorhälfte müssen auch mit sieben Newtonmeter zusammengedreht werden. Festgeschraubt werden. Ja, kleines Spielzeug. Ich liebe Werkzeug. Was haben wir denn da für ein schönes, großes Paket? Was hat der Alexander denn da bestellt? Ah, ZT hat geliefert. Oh, einen Sportluftfilter. Ist klar, bei 75 Kubik braucht der Motor ein bisschen mehr Luft, um die höhere Leistung darzustellen und dafür ist natürlich der Sportluftfilter. Eine Vergaser. 21er Vergaser. Der Alex war großzügig. Er hat sich sogar neue Kupplungsscheiben spendiert. Macht ja auch Sinn. und die Leistung muss ja übertragen werden. Denn irgendwo sagt ZT das Vorauskommen bei 11 PS und die Leistung muss natürlich übertragen werden. Aber das Entscheidende ist ja auch Drehmomenten. Hat der Motor ja auch erheblich mehr. Dann haben wir hier, nein, kein Pläuel, eine Kurvelle. Jetzt wird es spannend. ZT 75 N Stage 2. Finde ich natürlich sehr schön gemacht, dass ich natürlich gleich auch eine Beschreibung machen, auf was zu achten ist. Quetschmaras steht da drin, wie der Sündzeitpunkt eingestellt werden muss. Da haben wir noch das Päckchen und den Zylinder. Jo, da fangen wir mal an. Also hier haben wir ganz normalen Sportluftfilter, weil klar ist, wenn du 75 cm3 hast, dann musst du einfach dafür sorgen, dass der Motor ordentlich atmen kann. muss für die vernünftige Be- und Entlüftung sorgen. Entlüftung, klar, durch einen Auspuff, am besten Reso. Und vernünftigen Luftfilter. Das ist jetzt ein Sportluftfilter mit 45 Grad Winkel. Der steht da ein bisschen seitlich. Ist bei der Schwalbe kein Problem, bei der K1-1. Muss aber auf jeden Fall mit verbaut werden, ansonsten kann der Zylinder so groß sein, wie er will. Wenn er keine Luft kriegt, kann er keine Leistung produzieren. Ist halt einfach so. Er braucht Sauerstoff. Dann haben wir die Kupplungsscheiben. Standardmäßig sind hier, ich habe das Paket noch hier, haben wir hier 1, 2, 3, 4 Kupplungsscheiben. Und jetzt haben wir 5 Scheiben. Durch diese 5 Scheiben wird einfach erreicht, dass du eine größere Auflagefläche hast. Und dadurch der Kraftschluss einfach stabiler ist. Und die Kraft, vor allen Dingen auch Drehmoment, auch wirklich übertragen wird bei der Leistung. Na, ich sollte ein bisschen ins Bild gehen. Du hast Reibscheiben, die jetzt hier natürlich schmaler sind als die originalen. Bin ich im Bild? Ich hoffe. Weil das Paket, das muss ja alles hier rein passen. Also kannst du ja eigentlich nur versuchen, Materialstärke zu sparen, um eine 5. Scheibe unterzubringen. Das ist die originale Reibscheibe. Ja, habe ich nicht sauber gemacht. Nicht entührt, weil ich ja wusste, die fliegen raus. Und hier haben wir die von CT. Ich hoffe, das seht ihr. Und damit kriege ich einfach eine 5. Kupplungsscheibe mit verbaut in diesem begrenzten Raum vom Kupplungskorb. Die Kupplungsscheiben selber scheinen hier aus Aluminium zu sein und sind belegt mit dem Reibbelag. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Da wird sich der Alex freuen. So, was haben wir denn dann noch? Alles wieder schön verpacken. Wir haben den Vergaser. Also ich selber, ich hatte mir mal eine Enduro aufgebaut mit 85 Kubikzentimeter von PZ-Tune von Paul. Die gelaufen ist wie die Hölle. Da findet ihr auch ein Video bei ihm auf seiner Seite, wie er Leistungsteil hat. Das macht mit, die hat dann 15,5 PS gebracht und ich hatte von RZT einen Vergaser. War sehr zufrieden mit dem Vergaser. Hier haben wir jetzt einen 21er. Wir haben noch andere Hauptdüsen drin. 21 mm deshalb, weil einfach, wie gesagt, der Motor, um die Leistung zu produzieren, braucht er einfach Luft. Je größer der Durchlass natürlich ist, umso mehr Luft, kraftstoffchemisch gelangt in den Verbrennungsraum. und kann dann auch zur Explosion gebracht werden, um die Leistung zu produzieren. Ich hoffe mal, dass der voreinstellt ist. Wird er bestimmt in der Beschreibung stehen. Schön ist auch hier unten, die Schraube, dass ich einfach, ohne großartig den auszubauen, den Vergaser, die Hauptdüse wechseln kann. Wenn es dann gehen würde, weil hier unten ist ja dann der Motor. und wenn ich die Schraube abhabe, wie will ich denn dann die Hauptdüse wechseln. Aber es ist natürlich einfacher, hier aufzuschrauben, als dann hier die ganze Schwimmerkammer. Da ist jetzt noch ein zweiter Schwimmer mal drin. Warum auch immer. Ich denke mal, dass der hier auch drin sein wird. Das sehen wir dann bei dem Zusammenbau. Was nur total doof ist, wir haben die Motorhälften weggeschickt zu ZT zum Aufspindeln. Es ist gerade Weihnachten. Also heute ist der 23. Dezember, morgens Weihnachten. ZT macht am 6. wohl wieder auf. Ja, ich denke mal, vier Wochen werden die schon noch brauchen, bis das aufgespindelt ist. Also es dauert noch ein bisschen, bis wir den Zusammenbau starten können. Was haben wir hier? Tata, der Zylinderkopf. Hier ist das obere Motorlager, was nachher, warte, ich packe das aus, was da natürlich dann nachher hier reinkommt. Und dabei ist auch dieser Kupferring, der nachher unter die Zündkerze muss. Die Zündkerze darf nicht so tief hier reinragen, in den Verbrennungsraum. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass man den Kupferring unter die Kerze noch montiert, plus den Dichtring von der Kerze. So, der Zylinderkopf. Sieht schon krass aus. Also wenn man jetzt einen normalen Zylinderkopf hat, da hat man ja meistens, ist ja gegossen das Aluminium, dass da irgendwelche Lunkern drin sind, kleine Löcher oder so, hier im Brennraum. das ist jetzt hier überhaupt nicht, ist ausgedreht. Allerdings sieht man jetzt hier, dass die Bohrung an der Dichtfläche hier unterbrochen ist. Das ist einfach der Tatsache hier gestuldet. Man kriegt einfach halt keinen größeren Hubraum hier realisiert, ohne große Umbaumaßnahmen, weil einfach die Stehbolzen, die haben ja ihre feste Position und man kommt hier einfach nicht weiter mit einem größeren Durchmesser. Je größer der Durchmesser vom Brennraum ist, je größer ist ja auch der Hubraum. Deshalb ist man hier wirklich am Limit. Aber das sieht natürlich schon krass aus. Ja, ihr wartet jetzt auf den Zylinder, der kommt jetzt aber nicht. Vorher kommen noch die Blickhobelwelle. Die höhere Leistung muss ja auch übertragen werden, stabilisch übertragen werden. Aus dem Grund kriegt der Motor auch eine neue Kurbewelle. Die hat man dann im Ausbau der Ausbau ja auch mehr oder weniger zerstört, weil der bekannt war. Wir wussten ja, dass eine neue reinkommt. Das ist die B-Kurbewelle. Sieht natürlich sehr schön aus mit den Melee-Seiten hier. Sieht toll aus. Und? Keine Luft drin. Nadellager ist natürlich auch dazu versilbert, um einfach dafür Sorge zu tragen, dass die Kraft stabil übertragen wird und das obere Nadellager nicht verschleißt. Schön ist auch, obere Nadellager. ich muss nicht 1 zu 25 tanken, kann 1 zu 33 fahren. Man kann wohl auch 1 zu 50 fahren, würde ich aber persönlich nicht machen. Ja, schönes Teil. So, jetzt kommt der Zylinder. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was der Alex sich da gelegt hat. Wie gesagt, ich habe vorher nur Zylinder von RZT und von PZ. und jetzt schauen wir mal, wie der aussieht. Es ist Weihnachten. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Stehbolzen. Dichtung für den Vergaser mit 21 mm. Anlaufscheiben für den Kolben. Ich glaube, ich setze mal wieder die Stirn am Bauch, dass ihr ein bisschen besser sehen könnt. Moment bitte. So, es werde Licht. Dann haben wir diverse Fußdichtung. Jetzt hier drei Stück in verschiedenen Stärken, denke ich. Genau. dass man nachher das Quetschmaß dann auch einstellen kann. Quetschmaß ist ja sehr wichtig, nachher um die optimale Leistung und die Drehzahl auch rauszukriegen. Je höher, je geringer das Quetschmaß ist, umso besser, aber je mehr Hitze entsteht auch bei der Verbrennung. Man darf es auch nicht übertreiben. Ich glaube 0,9 darf es Quetschmaß sein. Zeige ich euch später, wenn wir soweit sind. mit Kolbenbolzen und die Kolbenclips. So, da ist er. Macht ja erst mal einen sehr schönen Eindruck. ZT-Tuning steht drauf. Kolben 48,95. Der Zylinder hat 48,96. Das ist ein Einringkolben. Einfach, dadurch habe ich weniger Reimdruck beim Verbrennungsprozess, beim Arbeitsprozess und kann einfach höhere Drehzahlen erreichen. Wenn ich zwei Kolbenringe habe, habe ich einfach mehr Reibung. Allerdings läuft der Kolben auch stabiler. Der kann natürlich jetzt, weil er hier oben fest hier halten wird, könnte er ein bisschen küppeln und klappern und auch ein bisschen klingeln. Und ich verlieh natürlich ein bisschen Verbrennungsgase, weil ich hier jetzt natürlich den Kolbenring, wenn er zusammengedrückt ist, habe ich einen kleinen Mut und dann wird er hier ein bisschen Druck verlassen. Aber das ist minimal. Ich hatte an der Henduro auch einen Einringkolben, war damit sehr zufrieden. Und wie gesagt, nachdem PZ da die Steuerzeiten gemacht hat, war das ein total geiler der Zylinder. So, kommen wir zum Wesentlichen. Der Zylinder. Ach ja, was mich mal interessiert. Genau. Ich gucke mal, ich hole mal den alten Kolben. Wo ist der alte Kolben? Fall zum Vergleich. Ach, jetzt kriege ich den Kolbenholz nicht raus. Das ist ja, wartet mal. Udo, Momento. Na, leck mich. Da ist er. Einfach mal, um die Größenunterschiede da zu stellen. 50 Kubikzentimeter und 75 Kubikzentimeter. Muss ich mehr sagen? Ja, das ist dann, das ist schon ein kleiner Unterschied. So, gut, der kommt wieder weg, den brauchen wir ja nicht. Dann kann der Alex zurückkriegen. So, jetzt bin ich ja gespannt, wie der Zylinder selber aussieht. Also hier sieht man, dass hier nachher erarbeitet wurde. Also schön finde ich natürlich die Optik von dem Zylinder von außen. Ob das jetzt von der Produktion kommt, ob der Sand gestrahlt wurde, keine Ahnung. Aber der sieht natürlich von dem Aluminium sehr schön aus. Ich denke mal auch, ist wichtig, um die Hitze übertragen zu können. So, dann haben wir die Überströmer, die haben wir ja hier. Da ist natürlich wichtig, dass die Gase ohne Widerstand durchgehen können. und da sehe ich auf dem ersten Hieb. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe es. Ich mache mal die Lampe ein bisschen anders. Da sieht man hier drinnen Rückstände, kleine Unebenheiten. Diese Unebenheiten provozieren natürlich kleine Verwirbelungen, die dann verhindern, dass die Gase ohne großen Widerstand in den Verbrennungsraum kommen können. Also ich dachte eigentlich, dass der dass der gefräst wurde. Der wurde aber so gegossen, wie er jetzt hier ist. Das ist einfach dem Produktions und dem Herstellungsprozess geschuldet. Hier diese Stelle. Ich hoffe, ihr seht das. Hier haben wir Kanten. So und dann sehe ich auch hier an der Stelle sieht es nicht unbedingt sauber aus. Hier sehe ich kleine Unebenheiten. Am Auslass sieht man hier und hier sieht man es auch. Also ich muss jetzt gerade sagen, bin ein bisschen ein bisschen enttäuscht. man kann es natürlich nacharbeiten. Ich leider nicht, weil ich meinen Drehmel, der kommt nicht so tief in die Überströme rein und hier brauche ich so einen Winkelschleifer oder sowas habe ich auch nicht, um hier eventuell ein bisschen nachzuarbeiten. Gucken wir uns mal den Einlass an. So, hier ist der Einlass. Ich versuche das mal ein bisschen so zu machen. Und da sieht man letztendlich, dass hier hinten auch eine Kante ist. Ja, die muss weg. Wenn da Verwirbelungen entstehen, dann ist das scheiße. Die Gase müssen da ohne große Probleme letztendlich in den Verbrennungsraum gelangen. Wie sieht es hier aus? Ja, sieben Produktionsspuren. Hä? Okay, gut. Was soll ich sagen? Ich habe eigentlich wirklich von den Überströmern und vom Eingang, vom Auspunkt hatte ich mir mehr erhofft. Aber die Videos von ZT zeigen ja wohl, dass der wirklich seine FPS bringt. Aber wir werden es sehen. Ich denke mal, dass wir es schon rauskriegen werden. Ja. Gut, Jungs. Das war's. Wir haben Weihnachten gehabt heute. Pakete ausgepackt. Und jetzt warten wir bloß noch, dass die Motorhälften zurückkommen. Dann kann ich zusammenbauen. Und dann können wir das Ding bald anschmeißen. Ich freue mich. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.